I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go. Hallihallo, hier ist wieder Elonke von der Stempelzeit. Es ist Montag, das heißt, ich habe ein neues Video zum Wochenstart für dich. Diesmal ist es eine ganz einfache Tüte, also ich sag mal so eine halbe Tüte. Und ich habe hier einfach drei Varianten davon. Einmal ist es hier wirklich mit einem ganz scharfen Knick, also etwas eckiger. Dann ist das hier so ein bisschen abgerundet und hier ist das ganz gerundet. Wofür kann man sie benutzen? Ich habe mal zwei Beispiele schon mal gefüllt. Und zwar hier vielleicht so als, ja, für so eine Hochzeit, sag ich mal, für die Freudentränen. Hier als, ja, Besteckvariante für einen festlich gedeckten Tisch. Und hier in der Mitte, da kann man sicherlich dann irgendwie Süßigkeiten oder sowas reintun. Was man auch machen kann, man kann hier ein Loch anbringen und das dann aufhängen. Die ist von hinten, ja, plan. Das heißt, die kann man dann gut an eine Tür hängen oder sowas. So, aber die Verwendung, da fällt dir ganz bestimmt noch viel mehr ein. Wir fangen mit der an, dann machen wir die und die zeige ich dann zuletzt. So, die Größe, also ich nehme jetzt nochmal diese erste, ist von der Höhe, ist die so 16 Zentimeter. Um so eine Größe hinzubekommen, nimmt man einfach so ein, ja, so ein 6x6 Inch, also 15,2x15,2 Zentimeter Bogen. Das ist ganz praktisch, da hat Stamping Up ja mehrere im Angebot. Hier zum Beispiel, wie heißt das hier nochmal? Weiß ich jetzt gerade nicht. Designer Papier im Block Rosengarten, ne? Genau, Rosengarten. Da gibt es ja auch das für Scrappen dann dabei. Davon nehmen wir jetzt auch gleich mal einen, diesen hier. Und dann hatte ich hier aus dem Holzdekor was genommen. Und das hier ist, das hier war aus dem Weihnachtsgelt. Wenn man jetzt eine kleinere Größe nimmt, geht das auch. Dann wird die Tüte entsprechend kleiner oder größer geht natürlich auch. So, was brauchen wir? Wir brauchen Falzbein und Klebstoff. Und dann brauchen wir für diese letzte Variante, wo alles rund ist, brauchen wir dann noch Lineal, Bleistift und Radiergummi. Aber wir fangen ja mit der ersten an. Und das ist ganz einfach. Leichtes Origami und zwar die Seite, die außen sein soll. Die kommt nach unten. Das soll bei mir jetzt die erste hier sein. Und dann wird einfach in der Diagonalen gefalzt. Das ist meine Knicklinie. Ich mache das wieder auf. Und jetzt fange ich an, den Drachen zu falten. Das heißt, diese Seite wird hier angelegt und angefaltet und von der anderen Seite auch. Was man darauf achten sollte, ist, damit man unten eine schöne Spitze dann in der Tüte hat, was an der Stelle ganz genau gefalzt wird, hier unten. Und dann legen wir die andere Seite da halt gegen. Und jetzt nehme ich hier oben, jetzt haben wir den Drachen, das ist die Drachenform. Und jetzt nehmen wir einfach diese Spitze da oben und knicken die nach vorne weg. Dann habe ich eine Knickkante und nehme die aber dann nach hinten. So, jetzt muss ich noch zwei Sachen machen. Eine Sache machen. Und zwar, diese Seite klebe ich hier drauf. Dann muss man sehen, dass die Tüte schon fast fertig ist. Schön hier diese Kante an dieser Kante anlegen. So, im Moment halten und dann einfach nochmal umdrehen und mit dem Falzbein innen drin umbringen. So, damit ist die Tüte schon fertig. Also, du siehst, das ist für die absolute Massenproduktion, ich sage mal Adventskalender vielleicht, so ein Stichwort. Da kann man dann ja schön noch ein eingepacktes kleines Päckchen oben reinstecken. Und die alle an der Leine. Sieht bestimmt super cool aus. Schön hier vorne einfach noch eine Zahl drauf. Fertig. Das war die erste Variante, die so spitz ist. Das ist diese. Wie kriegen wir die jetzt hin? Das ist diese. Und was ich da einfach gemacht habe, hier ist ein Knick in der Mitte. Einfach so ein bisschen nach innen knicken. Oder platt drücken, oder wie auch immer. Und dann wird die automatisch etwas runder. Und damit das Runde dann auch wirklich in der Form bleibt, habe ich hier oben so ein Label drüber geklebt. Dann nehme ich jetzt einfach mal einen Kreis. Und zwar hier in diesem Akkmarmarin. Einfach nur so zum Demonstrieren. Da kommt jetzt gar nichts drauf. Da könnte man jetzt natürlich, wenn wir jetzt wieder zum Adventskalender gehen, könnte man da natürlich jetzt vorher eine Zahl draufstempeln. Und wenn man das dann so ein bisschen runterdrückt, dann wird dieses, ich sag mal, dass man diese scharfe Kante eingeknickt hat, wird dadurch ein bisschen stabilisiert und auch gleichzeitig weiter runtergehalten. So. Haben wir diese Variante auch schon. Wenn dich dann dieser Knick hier vorne stört, gibt es noch die dritte Variante. Dafür brauchen wir dann das Lineal und Bleistift. Jetzt nehmen wir mal eins hiervon. Sehr schönes Design. Und zwar, die Diagonale, die wir vorhin geknickt hatten, die sorgte dafür, dass wir dann diese Kante hier haben. Das heißt, die dürfen wir nicht knicken. Wir brauchen sie aber, damit wir ordentlich falten können, diese Seiteneinklappfaltung da machen können. Also nehmen wir ein Lineal und zeichnen diese Diagonale ein. Wir brauchen die nicht ganz durchziehen. So ein kleines Stückchen reicht vollkommen. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel wir davon sehen, dass wir das wieder wegradieren. So. Daran falten wir jetzt. Einfach wie vorhin auch. Das ist ja im Prinzip sind das, was wir hier falten. Das sind ja unsere Klebeflächen, die wir erstellen für die Tüte. So. Und wenn wir das dann übereinander kleben, dann haben wir hier eine komplett runde. Also ist ja eine halbe, halbrunde Tüte, aber haben wir hier die Rundung ohne den Knick. Wenn man jetzt hier reinguckt, kann man schauen, okay, das ist mir jetzt, das sehe ich jetzt noch zu viel. Dann kann man das hier so ein bisschen wieder weg machen. Muss man nicht. Kann man. Das ist halt Geschmackssache. So. Dann wird die, wenn man das zusammengefaltet hat, hier oben natürlich auch wie bei der anderen Tüte gemacht. Einmal in diese eine Richtung. Und dann klappen wir das in die andere Richtung. Man kann diese Überlappung festkleben, muss man nicht. Wenn man da, wie zum Beispiel hier, ein Band aufkleben will, dann würde ich das jetzt an dieser Stelle machen. Band aufkleben, dann würde ich es festkleben und dann halte ich die Tüte zusammenkleben. Ich klicke jetzt nur noch mal hier diese Tüte zusammen. Beim Auftragen des Klebers hier oben diese Stelle einfach auslassen, weil die sonst, ja, da sieht man den Kleber sonst. Und zwar ist das im Prinzip jetzt, ist die Seite verkehrt? Hier ist die richtige Seite. Also hier unten drunter, die Seite, habe ich ja mit Kleber benetzt. Das kommt jetzt da drüber. Und wenn ich hier bis oben in die Ecken gehe würde, dann würde ich hier der Kleber ja rausgucken. So. Jetzt wird das hier einfach so festgehalten. Angeklebt. Wie vorhin auch. Die Spannung, man muss vielleicht einen Ticken länger halten, weil die Spannung, dadurch, dass hier kein Knick ist, ja etwas größer ist. Das geht aber auch ganz gut. Und dann einfach von innen wieder mit dem Falzbein drücken. Ja, schon ist fertig. Oh, jetzt habe ich hier da so ein bisschen geknickt. Das ist die dritte Variante. Ich lege noch mal die drei Varianten hier hin. So, das war das Wochenstartvideo am 6. November. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir ein Like da, abonniere meinen Kanal. Und wenn du Fragen hier zu dieser Tüte oder zu den Produkten von Stamping ab hast, dann schreib mir einfach eine Mail. Ich werde die benutzten Papiere, wie die heißen, einfach unten mal reinschreiben. Und mich würde interessieren, ob du es gut findest, wenn ich dir reinschreibe, was für Produkte ich hier verwende. Ich würde dann das hier jetzt reinschreiben. Alles, was ich halt an Stamping-Up-Produkten benutzt habe, unten halt so komplett erwähnen. Ja, schreib mir doch mal einen kleinen Kommentar, ob das für dich hilfreich ist oder ob das too much information ist. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich übermorgen zur Mittwochsreihe. Bis dahin. Tschüss.